So, ich hole mir heute Saat. Very displeased, kann ich jetzt nicht ändern. Und wir kriegen eine Nachricht. Kletus. Ich habe gehört, da gibt es einigen Leuten eine kleine Hilfe um die Stadt. Jeder ist wirklich dankbar. Ich möchte, dass diesen Monat, ich möchte diesen Monat als besten Nachbarn auszeichnen. Ein Preis mit einem kleinen Geldpreis. Nehm's nur. Bürgermeister. Hey, danke. Das ist echt doch mal nett. Ich bin Bürgermeister. Ich bin Bürger der Woche geworden gerade. Nur weil wir den Leuten helfen. Diese Idioten. Ich brauche mehr Gold auf jeden Fall. Die Schleuder will ich eigentlich nicht wirklich, wenn ich ehrlich bin. Kann ich die eigentlich verkaufen? Ach ne, es ging ja nicht. Ich muss mal zur Abenteurer-Gilde. Diese Sachen verkaufen. So. Jetzt mache ich erst mal folgendes. Ich gehe noch nicht zum Laden. Ich gehe jetzt erst mal. Ich glaube, wenn wir das heute wirklich alles anbauen, werden wir ziemlich am Ende sein mit unserer Energie. Wässern geht, aber die Felder neu anlegen geht ganz schön auf die Energie. Kann aber schon mal anfangen. Allerdings müssten wir auch mittlerweile besser sein. Das wollte ich nicht. Doch wollte ich. Oh, da war sogar Lehm. Okay, das mache ich dann vielleicht ein bisschen anders. Nein, das war falsch. Okay, wir können auf jeden Fall jetzt was holen. Daraus mache ich Melonen. Viele Melonen. Haben wir schon einen Haufen Energie verloren, aber wir haben ja eigentlich genug Zeug, um uns wieder hoch zu regenerieren. Das ist ja eigentlich überhaupt kein Problem. Ich muss auf jeden Fall genug Scarecrows aufstellen, sonst habe ich nämlich das Problem, dass die meine Ernte fressen, die Krähen. Diese Stadt kann nicht anders, oder? Ich freue mich aber schon auf das Loire. Ich versuche es mal. Vielleicht kann ich ja morgen schon ein Dings abholen. So. Oh. Ach, da unten. Ich wollte gerade sagen, wo sehe ich denn mein Geld? Ich werde gleich mal erzählen sollen, wie viel das sind. 30. Davon hole ich mir noch ein paar. Spangle. Korn lebt langer. Sonnenblumen. Wir brauchen ein paar. Sugar. Gibt es auch besseren Fertilizer? Gibt es auch besseren Fertilizer? Wo ist denn das? Wo ist denn das Weizen? Ach, hier. So. Radieschen. Auch noch ein paar. Melonen habe ich, glaube ich, genug. Melonen habe ich, glaube ich, genug. Ich will mal kurz was gucken. Ähm, wo waren denn die Fertilizer? Speed Crow. Okay, wir haben bloß diesen Basic Fertilizer. Den würde ich nämlich gern, wir haben, glaube ich, noch haufenweise Harz. Das würde ich gerne anbringen erstmal. Hätte sein können, dass wieder ein Brot drin ist. Ich werde jetzt mal haufenweise Basic Fertilizer machen und dann werden wir uns, na, gesundstoßen würde ich jetzt eigentlich nicht sagen, aber holen wir uns mal bessere Felder. Vor allem für die Melonen wäre das vielleicht nicht schlecht. Wir brauchen ja auch ein paar Gold, ne? Äh, da sollten wir ein bisschen was rauskriegen, denke ich mal. Habe ich vielleicht noch welchen? Oh, ich habe ja noch eine Melonsat. Die können wir auch gleich machen, nur wenn wir schon mal dabei sind. Die würde ich gerne im Gewächshaus machen. Ich sehe gerade, ich habe meine Waffen da unten. Verstehe, das macht auch ein bisschen Sinn. Ein bisschen. Das kommt weg. Und jetzt... Und draufbleiben geht nicht. Kann ich das erhöhen? Ah, mit Schiff. Ah, mit Schiff. Ah, mit Schiff. So. Das reicht, die Saat kommt zurück. So, was brauche ich für eine Scarecrow? Faser, Holz und Kohle. Müssten wir alles noch haben. Faser, Holz, Kohle. Scarecrow, Gun Wild. Noch nicht zu weit weg. So, nehmen wir es einfach mal in den Versuchsfeldern. So, ich habe keine Scarecrow. 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 So, das ist deine Scarecrow. So, ich habe keine Scarecrow. ich muss ja aufräumen ich habe angst dass sie meine felder zerstören ich brauche einen rasenmäher so haben wir noch was rein ich werde jetzt in alle richtungen erstmal platz machen hier hier baue ich mal lieber eine von denen hin nur zur sicherheit hier links habe ich gar nicht gegossen oder so und weizen muss ich auch noch irgendwo unterbringen die einzelne stelle sternfrucht natürlich auch noch das wird ein hartes stück arbeit jetzt jeden tag zu gießen glaube ich so Bis zum nächsten Mal. Ab morgen müssen wir dann bloß noch Zeit für ein paar Snakes, muss mehr Fertilizer Hallo, Queenie, setz dich schön aufs Nass-Oberau. So, ich überlege gerade, hier baue ich glaube ich nochmal eine Scarecrow hin. Ich kann keinen mehr bauen, woran liegt es? Ich kann hier keinen hinbauen. Mal schauen. Eins, zwei, drei, sechs, okay. Eins, zwei, drei, vier, müsste eigentlich passen. So. Ich würde gern folgendes machen. Das kommt zurück. Oh, ich habe auch noch die Starfruitser gehabt. Äh. Ich glaube auch, wir haben kein Holz mehr. Ich habe so viele von denen gebaut. Faser kann zurück. Ne, warte mal, die behalten wir mal. Die Mixed Seeds muss ich auch noch machen. Ich brauche... Okay, das brauche ich doch nochmal. Ich muss was zu essen craften. Okay. Ich vergesse immer, dass ich dafür kein... ...kein Harz brauche. So. Obwohl, wir haben ja eigentlich hier... ...haben wir hier eigentlich für die gemixte Saat genug. So, bauen wir hier die Sternfrucht. Ich habe vergessen zu essen. Ein geschäftiger Tag, muss ich sagen. Und jetzt werden wir das tun, was wir am besten können. Zerstören. Was ist das für ein Geräusch? Das heißt aber, wir müssen in Zukunft darauf achten, dass wir immer möglichst Harz mitnehmen aus der Mine, wenn sie es schon mal anbietet. Vielleicht sind wir morgen mal kurz, nur kurz in der Mine um... Ich will diese Meteoriten da weg haben. Ich werde da Siridium drin. Aha, ausgegraben. Ich hole mal noch ein paar einzelne... Keine Experimente. So. Oh, Queen schläft draußen. Ach, soll sie doch. Morgen vielleicht ein Minentag.